Alle hier, 2017 sind wir mit dabei und gucken, dass hier alles so los ist. Alle important people, die hier sind im Staat. Ich darf mit dabei sein, ja, es ist einfach nur ein working hard. Guck mal, das ist einfach ein bisschen laufen hier. Hier, ne, das sind alles Sachen, die wirklich Gas geben, die was bewegen, die was tun. Und ich, hier hinten drin, das ist der Wahnsinn, das ist so geil. Wir haben eine ganze Umgebung hier. Ja, also, wie gesagt, ein kleines Feeding für euch, wie versprochen. Und da kommt auch diese sehr netten draußen, mit dem Treue in den Service. Ja, viel Gift bekommt auch hier. Also, ziemlich gut.